Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie man solche Würfel bastelt. Das ist ein großer Würfel und das ist ein kleiner. Ich zeige euch, wie man diesen Würfel bastelt. Der ist aus Pappe und wenn ihr dann irgendwas zugeschickt kriegt, das ist ja immer ein Pappe und dann könnt ihr euch das dann aufheben und dann ein Stück rausschneiden und dann eben so einen Würfel basteln. Also, zuerst gucke ich, wie groß der Würfel ist. Das ist 2 cm und nun zeichne ich ein Würfelnetz auf. Zuerst tue ich einen Strich 2 cm lang, dann tue ich einen Strich runter, auch 2 cm lang, zur Seite, nach oben und dann noch nach unten. So, das ist jetzt das Würfelnetz. Und damit das dann auch gut hält, tue ich an den 3 Seiten noch so, das ist das Würfelnetz. Und dann kann ich das eben hier dran zeichnen, so Kanten, hier noch, dann hier noch, so. Und nun schneide ich das aus. So, dann kann ich das aus. So, nun habe ich das Würfelnetz ausgeschnitten, dann nehme ich den Filzstift und zeichne die Punkte ein. Und wie ihr hier seht, sind das eben 3 und 4, das sind 7 und hier 6 und 1 sind auch 7 und 2 und 5 auch und immer soll das 7 ergeben. Und nun zeichne ich das ein. So, das sind jetzt 6 Punkte und dann wäre das die überliegende Seite. Deswegen kommt da jetzt der 1 Punkte. So, und dann kommt da die 5 und hier ist dann die gegenüberliegende Seite und deswegen kommen da 2. Und dann hier die 4 und dann kommt hier die 3 hin. So, und dann habe ich das gemacht und jetzt falte ich. Ich nehme mir das Linear und gucke, dass das dann noch schön ist. Dann knicke ich, damit es schön knickt ist. Das geht dann nämlich mit dem Linear einfach. So. Nur noch ein letztes Mal. Und damit dann auch die hier, die sollen nämlich nicht so gerade sein. Deswegen knicke ich das jetzt auch noch. So, nun ist alles geknickt. Nun tue ich das zum Sassel zusammenfalten. So. Das hier ist jetzt ein Sassel. Muss ich nur noch ein bisschen ein bisschen machen. So. Dann nehme ich das Klebeband und klebe das zusammen, damit das schön hält. So. Ich wickel das einmal um den ganzen Wasser drum herum. So. Dann nehme ich die Schere und schneide es ab. So. 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 Nun mache ich das dann auf der Seite. Und das Gute ist, dass das Klebeband 2 cm groß ist. So. 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 Und immer schön gucken, dass man keine Seite doppelt drum ist. Und hier sieht man das gut, weil man sieht, dass man hier noch nicht geklebt hat. Und dann tut man dann nochmal um die Seite drum. So, und fertig ist der Würfel. Und ihr könnt den Würfel aber auch in anderen Formen, also in anderen Größen machen. Und viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!